Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Hirschio. Viel Spaß beim Zuschauen. Und was, bist du jetzt da? Mit meinem Bunseye-Captain. Oh. Na gut, na gut. Komm, ich komme mal mit dem Wasser mit. Einfach so zum Spaß. Vielleicht kriegen wir ja 730 EP zusammen, dann ist die South Carolina nämlich auch eine Wyoming. Braucht da zwar nichts mehr vor, ich nehme mal einfach mal, komm, was ist da aber? Einfach mal so zum Problem. Wo ist denn eigentlich meine... Äh, meine, meine. Käpt'n nicht verfügbar, ach so. Ah, da ist der Käpt'n nicht verfügbar. Lass uns mal eben hier... ...ein Opel Käpt'n noch aussetzen. Ne, aus Reserve, genau. Nehmen wir mal die Jungen hier von der König. Ab auf die Kaiser. Zack. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Jetzt ist sie eingewiesen. So. Müllpunkte. Die Namen. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Bereits. Und... Los geht's. Ah, ja, zu spät gesehen. Nimm Albert. Ja. Jetzt ist es zu spät, Tomar. Gott, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich war jetzt gerade so im Wirkeln, diesen Käpt'n da einzuweisen. Einzukriegen. Die Gegner, was er auch schon, ist mir sympathisch. Okay. Heißt Kampfpudding. Kampfpudding. Oh, Mann. Die Map ist mir sympathisch. Und weißt du, was mir noch sympathischer ist? Ich fahre ein Schlachtschiff auf dieser Map und stehe nicht hinter einer dieser Inseln. So. Wo nach links. Und da komisch da den Gang deiner Mitte decken. Ich werde mich mal einfach so quer davor legen und alles zerballern, was da durchkommt. Ist eine Maßnahme, oder? Jojojojojo. Ne, die Kaiser, die kann schon was. Die König Albert, okay. Hätte ich auch nehmen können. Mag ich auch eigentlich sehr gerne. War sehr gerne gespielt. Premium Kahn. Wo wir gerade bei alles zämpern sind. Irgendeiner macht irgendeinen Nebel dahinten stark. Ah, jetzt wird aufgetaucht. Ich glaube ich bin auch ein falscher Moon-Typ. Wir müssen erscheint die Säge in die Behov. Das ist so schön, so erledigt. Der erste Mal hat sich in der Lärmsel wieder abgelenkt. Um, um. Ja. Einer trifft. Einer. Bestätigter Einschlag. Und Feierabend. So. Noch einen Kreuzer zu Asche machen. Kommen schon wieder Torpedos durchgeschwommen. Okay. Müssen ein bisschen aufpassen. Bei A kommt dann gleich ein bisschen was um die Ecke. Mhm. Da. Können die weiterfahren denn hier? Okay. Zerstörer beschäftigen Sie hier alle gerade, oder? Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, bei A kommt jetzt was um die Ecke. Okay. Ja gut, ich gebe mal Gas und drehe die Kiste rum. Ich fühle mich hier eh gerade nicht so wohl aufgrund der Torpedos, die hier abgeschossen werden. Da teilen wir noch bei ihm aus. Torpedos auf Steuerbord. Unser Sieg ist in Sicht. Torpedos auf Steuerbord. So. Leichte Reichweitenüberschreitung mit den Torpedos. Unser Sieg ist in Sicht. Ja. 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 So. Diese Richtung mischen wir nochmal mit. Und das war glaube ich ein guter Treffer und jetzt rum die Rohre. So, da ist die South Carolina, da ist ein Schiff, das mich hoffentlich nicht rannt. Hoffentlich wo er hinfährt. Frontal, frontal gefällt mir. Das sind ja freundliche Torpedos, wenn man das so bezeichnen kann. So, da ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Kommt ein Torpedo geflogen. So, erledigt. Erledigt. Gewonnen. Gewonnen. 1587. 1587. Unser Teamwerke ist gut. Augo, was hast du getrieben? Meine Güte. Drei Stück. Drei Stück hat er rund geschickt. Krass. Okay. Danke fürs Zuschauen, wenn es dir gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann. Macht's gut. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye. Bye Bye.